Brauchen die hier sowieso nicht. Ist sowieso vollkommen übel bewertet. Aber ich denke, sie werden es überleben, denn es ist ja für den guten Kampf. Achso, weil das Spiel. Zum Glück haben wir hier noch jede Menge rumliegen. Ich stelle dir mal vor, ich hätte hier schon alles ausgeräumt irgendwann mal. Weil die Ressourcen werden ja auch nicht mehr. So, können wir hier noch irgendwas machen? Hier haben wir noch Holz. Kann ich ja das Bramen einfach mal direkt verschrotten. So. Okay, ich denke, das reicht erstmal. Halt, das war wieder falsch. Weil ich hier mal Escape drücken will. Warum will ich hier mal Escape drücken? Weil hier ist noch so viel, so viel unentdeckt auf der Karte. Naja. Die Burg. Ich möchte jetzt mit dem Skill festgewachsen, richtest du mehr Schaden an, wenn du stehen bleibst. Außerdem nimmst du weniger Schaden und kannst sogar Schaden auf Gegner zurückwerfen. Das ist cool. Cool. Das ist natürlich auch... Die große Gruppe von Angreifern, die sich von Südbosten aus nähert. Ja, das... Das passiert, habe ich gehört. Das passiert. So. Brauchen wir hier den Schutzwachposten. Da soll... Bauen mit Holz. Das weiß ich gar nicht. Die... Teilen sich das doch eigentlich im Normalfall? So, auf jeden Fall. Ich hätte gern... Gesamten Schrott gelagert. Aber normalerweise teilen sich doch die Ressourcen, oder? Holz 6 von 10. Na gut. Vielleicht... Aber gut, wo bekomme ich den Stahl her? Das macht es grad schwer, nicht ganz einfach. Also Holz, denke ich mal, sollte jetzt nicht so sehr das Problem sein. Weil da gibt es ja hier anscheinend genug. Da unten ist so wie eine Truppe Gunner oder sowas. Aber wo bekomme ich denn Stahl her? Aber ich bin doch noch nicht... Ähm... Ich bin grad ein wenig verwirrt. Eigentlich bin ich doch noch gar nicht fertig. So. Ähm... Daten... Aufgaben. Verteil... Achso. Errichte Verteidigungsanlagen. 60% ist halt also gereicht. Okay, dann verteidige die Burg. Dann verteidigen wir halt die Burg. Warum auch nicht? Ich weiß zwar noch nicht ganz wie. Da vorne gibt es auch eine Munitionskiste. Sind... Okay. Da geht es halt direkt zur Sache. Ach, was haben wir denn noch Schönes hier? Vielleicht kann man ja... Na gut. Mit der auf die Entfernung ist sinnlos. So. Bleib doch einfach mal stehen. Ups. So. Aber jetzt... Die sind alle auch sehr kopfschussresistent. Okay. Was haben wir noch an Waffen? Na, ich werde mal mit der weitermachen. Ich glaube, die hat er doch eigentlich ganz gute Schadenswerte. Auf jeden Fall kann ich die auseinandernehmen. Ich weiß natürlich auch, ob es so klug ist, hier draußen rum zu rennen. Verteidige die Burg. 10% Geschafft. Vielleicht weiß gar nicht mehr. Ach. Das gibt auf jeden Fall ordentlich Schaden hier. Wo ist er denn, der Runner? So, auf jeden Fall bekommst du hier ordentlich Damage mit. Ich muss ein bisschen leise machen, weil ich glaube, ich schreie hier schon mal tierisch rum. Okay, nachladen. Wir sind der Sündstreifengänger. Ja, ja, so schön ist das. Ist das nicht schön, dass das... So. Jetzt machen wir hier erstmal ganz kurz ein bisschen, ein bisschen kurzen Prozess machen mit denen. Das wäre alles auch wesentlich einfacher zu handhaben. Ne, wenn man... Oh, ich müsste mal ganz dringend was wegsnacken. Ich bin ganz schön angeschlagen gerade aktuell. Bevor ich nämlich gleich sterbe. So, da unten. Munition fehlt. Ah, Out of Ammo ist natürlich nicht so geil. Okay, der hat gesessen. 40% verteidigt. Alter. Das ist ordentlich... Was für Teile? Hier sind so ein blöder Runner. Na, alles. Komm schon. So, kriege ich wieder von zwei Seiten. Auf die Mappe. Das... Wer ist denn? Überhaupt nicht geil hier. Okay. Was kann ich denn? Ich habe bloß noch zwei Stimpfacks. Okay, dass er hier zu eingekessert zu sein ist, auch nicht schön. Ich brauche irgendwas anderes. Ein bisschen mehr... Irgendwas mit ein bisschen mehr Rums. Dieses zum Beispiel. Er startet da nicht so viel nach, ja. Dann hau doch einfach mal... rein in die Rübe. Sieht so ein bisschen aus wie... wie hier die... Typen von Star Wars. Wie heißen sie gleich? Wie viele sind denn das, bitte? So, jetzt habe ich hier schon wieder... Ich muss erst mal ganz dringend was snacken. So, Daten, Inventar. Was habe ich denn hier noch? Ich müsste doch eigentlich noch jede Menge. Meierlurg, Königinsteig. So. Okay, Versionszelle. Vor allem haben die es einfach mal auch... tierisch auf mich abgesehen. Ich bin irgendwie... tierisch out of Ammo. Das nervt. So. Habe ich hier noch ein bisschen was? So, ganz schnell weg erst mal. Oh, verdammte Axt. Hier kriege ich tierisch auf die... Kriege ich tierisch gerade auf die Mappe. Ich werde mich mal ein bisschen hier in der Nähe der Geschütze aufhalten. Zwei, das sind alle. Da wirst du doch wahnsinnig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann So Wie gesagt, wir gehen hier einfach mal grad tierisch die Munition aus Wie viele das einfach sind Noch ein bisschen was mit Ein bisschen was mit Nachdruck Also auf jeden Fall gibt es hier Ordentlich auf die Backen Ich meine, wenn ich allein überlege Wie viel Munition ich brauche, um einen Um nur einen hier komplett zu zerlegen So Bei einer als Institut sind natürlich so ein So ein Übertyp Das ist einfach Einfach absolut unklar Ja, vor allem durch diese Ja, auch durch diese ganze Überblendung hier draußen Alter Das ist doch Einfach nur absolut unklar So Jetzt habe ich hier meine Lok Königsteck Habe ich noch ein bisschen was Ich weiß gar nicht Wie weit bin ich denn eigentlich hier Kann ich das noch schaffen Verteidige die Burg 60% Halt doch einfach mal Die Anlagen scheinen irgendwie auch offline zu sein Das Problem ist nur, dass ich nicht glaube dass ich die Sich die einfach weggehauen Kriege Speicher mal Einfach Weil das wird glaube ich Doch eh nicht so viel besser Ja, auch geil bin ich Nächstens irgendwas 70% So Institut Zerana Was die aushalten Es ist doch einfach nicht äh Nicht schön So Dann haben wir hier Da irgendwie was Sowas noch in Hals Waffen Ich gehe echt gleich hier dazu über Einfach mit der Minigun alles niederzumähen Geh, mach jetzt auch Draufgeschissen Na, du hast doch mal stehen Empfange Empfange meine Kugel Ich bringe, der Sack heilt sich Mah ok Oh Ja Dann Das Das Das